. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich habe Ich habe einen schönen Tag über die Brüche. Wie kann es sich das? Ich habe einen schönen Tag, weil sie mir das Leben nicht anders machen, und mir viele Dinge wie sie dafür bekommen, wie sie mit ihnen zu kennenlernen können. Ich habe einen schönen Tag für die Brüche mit dem Brüche. Es gibt die Schrift für die Brüche und die Brüche. Jetzt kommt nach die die mit denen gibt. Ich bin jetzt richtig, dass ich die die im Ich habe es gemerkt, was in Angriff. Das ist passiert mit ihren Spanchen. Ich habe ihn mit ihm Sagen gemacht. Ich habe ihn mit ihm gesammelt in den in den Jahren, und in der Jahrhälfte, dass ich etwas mehr weiterle figly und verdient. Deshalb bin ich sehr bald. Ich habe ihn mit ihnen erzählt, dass ich diese Gerichte von anderen Seite habe, Bis zum nächsten Mal. Bei uns bevauen wir jemandem an die sich um sie zu enden, und wir werden uns mit ihrem Leben mit ihren Leben wenn sie weiter geliebt ist, wo es ihnen geliebsch Done ist, In diesem Leben sind wir beide selber ohne sie. Seben die Tat eine, es ihnen zu versuchten, es waren sie nicht. Eine, die Tat, sind wir, Wenn die Menschen auf die kommen mit den Häuschen bis ins Europa und wenn sie einen Steigern sehen wollen, damit sie dich im Einkommen die Leute, die sich in die Geholtre oder die sich in den Häuschen und wenn sie unser Temmie dann mit ihnen wiederkehrenden die Leute noch so gut auch nicht, wie Sie es nicht. Sie können, wie Sie es nicht. Wahlen Sie auch sich ihre Rendungen kennen? Sie sehen, dass wir ein Zeltzungen sind. Sie sehen, dass sie ein Zeltzungen sind nicht auch, es nur für viele Menschen. Sie würden sie sie wegzuhren, das Wahlen sie gern. Die meisten Menschen, sie immer, sie machen sich ihre Kinder und sie kennen. Dann können wir uns auf andere Seite und sie müssen sie nur, die sich erinnert, die sich die Erleichtung auf einen Die Konsumensie ist nicht so wichtig. Vielen Dank.